So hallo, hier kommt unser Silvester-Special, nämlich wir machen extra für euch, nämlich ein Duo-Tempel-Rand ohne Heeler. Jawoll. Und ich fange dann sofort mal an mit Musik spielen. Ich schmeiße mir noch ein Horn rein und warum habe ich jetzt 105K live, wenn ich 104? Ich werde immer besser. Okay, go. Scheiße. Oh, ich hätte vielleicht mal Dinger machen sollen. Ich muss mehr oder heiliger Schlag spammen. Oh ja, und das wäre vielleicht nicht verkehrt. Nicht so viel Akku produzieren, weil ich gestand bin. Okay, tank die Dinger, die da... Oh, oh. Nein! Go, go, go. Gestand. Äh, mach... Äh... Warte. Oh, falsch. Du musst gleich darauf achten, auf den Schlag des Leonin oder wie auch immer. Ich muss swappen. Ne, weil ich hab Tankchild falsch geschmissen. Ach so. Naja, das war schon mal ein erster Fail, naja. Ja gut, das war Silvester-Special. Wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Versuch. Bis gleich. Hey, liebe Freunde. Gerade eben Fail bei Tempel aus der Boss-Duo. Naja, egal. Zweiter Versuch. Und jetzt schafft man's garantiert. Auf die Tuch. Ja. Okay, go. Du bleibst schön bei mir, ey. Ich mein, ich gestand bin, hast du aber dann wahrscheinlich Agro. Ja. Ja, sieh's. Egal, du hast wieder. Ich kann ja ein bisschen rumlaufen. Oh. Okay, du hast wieder Agro. Ich, äh. Süffel mal einen Trank, würde ich sagen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich, äh, du lässt die, oh. Du lässt die Agro noch ein bisschen auf dir, ja. Äh, ich muss nämlich jetzt sofort mal einen Trank schmeißen. So. Okay, jetzt kann ich wieder helfen, komm. Mach mal schnell, weil sonst, wenn Leonin kommt, dann... Ja, da musst du zünden. Okay, jetzt. Absorb. Ja, geil. Super. Ja, ich hab gut geschmissen. Ah, ich bin gestand. So. 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 Ja, wunderbar. Oh, so knapp. Okay. Ähm. Ja, so Bostorn von Tempel, wir sehen uns gleich wieder. Äh, zwei der Bost, Schaddeu von Tempelus. Auf geht's. Oh, ich hab auch mal einen heftigen Ping. Ich hoffe, wenn man das alles gut geht. Jojo. Okay, go. Irgendwie hast du mehr Face-Akkur als ich, alter. Ich versuch' nicht so sehr reinzupf-boxen. Und falls diese Statuen kommen... Verdammt. Geh mir die Agro zurück. Ja, warte, ich fähre den mal nicht an. Gut. Ich, äh, du kommst nicht erst mal... Oh, du kommst... Oh, leck das. Du kommst nicht erst mal um den Boss und ich, äh, mach die Todesdinger weg und so. Oh, ich bin gestand. Setzt nicht mehr. Scheiß Tod und Heilung. Ich stück noch einen Trank. Jo. Kannst noch gerne mal platt machen, also dagegen hätte ich nix. Ich hab' ein Absorptionskoste, keine Ahnung, was er bringt. Ja, der ist dem Mund in meinem Schaden, hau die Todesweg. Ja. Scheiße. Geh dort und sind weg. Was ist das denn? Ja, die hauen mir jetzt kleinen dicken Hit rein. Okay. Jawoll. Ja, Mann. Okay, zweiter Boss von Temple Dawn. Wir sehen uns gleich wieder. Uah. Was soll das denn? Schau dir das live an. Okay. Jetzt machen wir den dritten Boss, den haben wir noch nie Duo probiert. Und... Ja, deswegen schmeiß ich grad alles, was ich hab. Genau, er schmeißt das Lebkuchenmännchen und so weiter. Und ich spiel Musik... Ja, warte, ich spiel erstmal ein Horn und das. So, okay, ich spiel Musik und hoffen wir, dass alles gut geht. Okay, go. Okay, also ich hab vor dem jetzt mehr Schiss als vor meiner Oma. Ja, und deine Oma ist schon hardcore. Ja, Mann, Alter, die... Raus da. Scheiße. Boah, der macht einen Damage, das Viech, Alter. Ja, aber hallo. Alter, ich bin gebabbelt. Scheiße. Zehn Sekunden. Könnte ich das auflösen? Nö, denke nicht. Lauf so lang, wie schnell es geht, und auf den Trank. Drei Sekunden noch. Zwei, eins. Geht wieder. Go, ja, go. Scheiße. Ja, ich bin gestern schon wieder Bubble wahrscheinlich. Nee, keiner will schon wieder. Was? What? Oh, war das knapp? Aber ich glaub... Noch vier Sekunden. Ne, 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 ne. So, ich noch ein paar Dinge. Was, also, ja, richtig. Oh, man kann immer noch nichts machen, weil ich Blitzlähmung hab. So, jetzt wieder. Hau rein, was geht? Ja, ich meine, ich bin aufgelaufen. Blasenkäte schon wieder. Die Liste war nur so auf. Ja, keine Ahnung, ich hab auf jeden Fall so scheiße drin. Ach, da, ich kann den anwählen. Ja, danke. Nein. Ich kann nicht atmen. Swap. Ja, ne, irgendwie hab ich... Ihr seid vom Blitz getroffen, könnt nicht euch nicht bewegen. Das ist ein Dauer-Buff. Naja. Aber fast dauernd. Ja, ich wusste nicht, dass man die Wurbel auch angreifen kann. Die kommen nämlich nicht anwählen. Ich konnte nur mit Tab. Naja, also ich glaub nicht, dass wir es nochmal probieren. Ja, weil es zu viele Schulden und zu viele Rap-Kosten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.